Ich hatte eine zweimann Zelle, aber nur allein und wusste nicht, wie verhält man sich da. Ich hatte nichts zum Schreiben, es hat keiner mit mir gesprochen. Es war also der Vernehmer, aber der hatte ja auch die ersten Tage nicht mit mir. Ich wurde ja zu keiner Vernehmung gebracht. Ich wurde regelrecht weichgekocht dort drin, ein 17-Jähriger in Isolationshaft. Sie sehen niemanden, sie haben auch nur alleine Freihof, Freigang in so einer Betonzelle, aber nur allein. Sie können mit niemandem reden, sie haben nichts zum Schreiben, sie haben nichts zum Lesen, außer die Anstaltsordnung, die kannte ich dann auswendig. Ich kannte die Zahl der Glasbausteine, die das Fenster darstellen sollten, auswendig. Ich kannte die Zahl der Dielen und Holznägel auswendig. Ich habe ja alles gezählt, was ich da drin gesehen habe. Ich musste irgendwie den Tag rumbringen und es wurde auch nur dreimal am Tag die Luke geöffnet. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und es wurde zweimal die Zellentür geöffnet, frühs zum Rasieren und einmal am Tag, wenn es einmal am Tag war, zum Freihof. Ansonsten habe ich mich in dieser Zelle aufgehalten. Sie haben gerade gesagt, Betonbunker, was war das? Ja, Bunker nicht, das war eine Betonzelle. Es war der Freihof. Der Freihof war nicht größer. 1972 gab es hier nur drei Freihöfe, die sind in den 80er Jahren mal erweitert worden. Da hat man dann sechs Freihöfe hingemacht und diese drei Freihöfe hatten eine chronische Form, aber war nicht größer wie die Zelle. Und bestanden eigentlich nur aus Betonwänden rundherum unten einer Metalltür. Und oben auf diesen Zellen sozusagen, die nach oben hin offen waren, befand sich ein Maschendraht, damit ich da wahrscheinlich rausspringe. Und es war ein Laufsteg und obendrauf, von oben, ja, man muss ganz einfach sagen, glotzte dann ein Uniformierter mit Maschinenpistole dann rein, was ich da tue. Und es war eine Anweisung, immer im Kreis zu gehen. Sich still zu verhalten und im Kreis zu gehen. Das war die Anweisung. Und sie haben nie gewusst, wann sind sie geholt worden und dort eingesperrt worden. Und sie haben auch nie erfahren und nie gewusst, wann geht die Tür wieder auf. Die ist mal ganz schnell wieder aufgegangen. Ich sag jetzt mal, gefühlt, gefühlt, vielleicht nach drei, vier, fünf Minuten. Oder sie haben gedacht, das hört gar nicht mehr auf, ich will ja eigentlich nur wieder raus. In meine gewohnte Zelle, in mein Schneckenhaus, ja. Da, wo ich lebe, den ganzen Tag, ja. Das war diese Freihofzelle. Auf dem Weg von Ihrer Isolationszelle oder Einzelzelle in die Freihofzelle haben Sie da mit Gefangenen begegnet? Um Gottes Willen, das wäre dort ein Fauxpas gewesen. Es gab, wie in allen, nur wusste ich das halt damals nicht, dass das so funktionierte. Ich habe mich auch immer gewundert, warum brennt da immer so ein rotes Licht, das ist so komisch, so eine rote Laterne, die da immer brennt, gell. Schaut ja eigenartig aus, ja. Und die brannte immer, wenn sich ein Häftling außerhalb seiner Zelle befand. Das heißt, es durfte kein anderer Häftling außerhalb seiner Zelle sich befinden, weil ich hätte denen ja begegnen können. Und es war auch für die anderen so, dass sie nicht gesehen werden wollten, die darin arbeiteten oder darin Dienst taten. Wir hatten, das ist ja auch heute noch hier in diesem Gefängnis, ich habe dafür gesorgt, dass da Glasscheiben drüber kommen, ganz verblasst, gab es da sogenannte Parkpositionen. Das sind weiße Balken am Boden. Die befinden sich in der Regel immer dort, wo Türen auf und zu geschlossen werden. Dort hatte man sich hinzustellen, und zwar mit dem Gesicht zur Wand und so weit zur Wand, dass sie nicht mehr sehen, wer links oder rechts von ihnen läuft oder geht. Und es wurde mit kurzen Anweisungen. Stehen bleiben, weiter, umdrehen, zur Wand. Das waren die Anweisungen, die man dann eigentlich nur bekommen hat. Und ja, es war immer sehr verwinkelt. Es ist ja ein Altbau von 1870, so was. Und da war eben dieser Weg über dieses alte Treppenhaus und über diese Unwirklichen und diese alte Bruchbote im Grunde genommen.